Nach der Ansicht von Monika Elbert und Michael Schmock, den Generalsekretären und Vorständen der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland, weichen bekanntlich die Haltung und die Meinungen von Axel Burkhardt stark von der grundsätzlichen Haltung der Anthroposophischen Gesellschaft ab und sie verweigerten ihm im Steinerhaus Stuttgart zu sprechen. Dies motivierte mich, diese inflationären drei Kampfbegriffe, die mittlerweile auch die beiden Generalsekretäre der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland verwenden, dem Heil für den europäischen Geist, wie damals die Tempelritter angesehen wurden, gegenüberzustellen. Sie wurden laut Rudolf Steiner in Gea 171 unter Anordnung und Ausführung von Papst Clemens V. und Philipp dem Schönen bestialisch gefoltert und am lebendigen Leibe verbrannt. Wie wir in der Lesung nachher aus Gea 171 hören werden, wichen auch die Meinungen und Haltung der Tempelritter stark von der Ansicht von Papst Clemens V. und Philipp dem Schönen ab. Vielsagend wurde dem ZDF keine Warnung von dieser seltsamen Anthroposophischen Gesellschaft geschrieben, als Böhmermann vor einem Millionenpublikum medial mit unseren Steuergeldern kostspielig auf höchstem Niveau aufpoliert, seine aus dem Zusammenhang herausgerissenen unverstandenen Wortfetzen über die Kinder von Rudolf Steiner, z.B. die Waldorfschule, die Anthroposophische Medizin, die Erkenntnistheorie verstreut. Als Musiker fiele es mir auch ohne Steuergelder nicht besonders schwer, Unwissende dermaßen von dem Eindringen in die Musiktheorie abzuhalten, dass ich mir auf lange Zeit einen Wissensvorsprung und damit eine Monopolstellung bewahren könnte, damit niemand außer mir selber mittels Tönen unbewusst zu den Seelen der Menschen sprechen und ich allein diese dann mittels des Tonäthers, diese nach meinem Belieben formen könnte. Ich müsste gar nicht mit komplexen Begriffen wie mit Quinsextakkord mit tiefalterierter Quinte kommen, sondern könnte bei der infantil umerzogenen Zuhörerschaft allein mit alten Begriffen wie Diabolus in Musicae die meisten abschrecken, sich tiefergehend damit zu beschäftigen, da sie, meiner dekadenlangen Erfahrung nach, besonders als Deutsche, beängstigend oft trotz ihres vorgerückten Alters Kindlein geblieben sind. Auch vergangenes Jahr plante ich eigentlich an Weihnachten einen Vortrag vorzulesen, den er selber während der Weihnachtsfeiertage hielt, fühlte mich aber damals eher motiviert, den 8. und 9. Vortrag aus GA 175 zu veröffentlichen, welche ich kurz zuvor selber erst entdeckte. Meine Lesung des 9. Vortrags mit dem Titel Einimpfung des Todes fand dann erfreulicherweise mehr als 100.000 Interessierte. Nachdem eine Abonnentin vor kurzem nach GA 346 fragte, fiel mir auf, dass ich bisher nur 9 von 18 Vorträgen eben nur den ersten Band der Vortragszusammenstellung von Pieto Archiati eingelesen hatte. Besonders den 13. den ich Heuschreckenplage und den 16. Vortrag, den ich Das Tier steigt auf, betitelte, fanden dann ermutigenderweise nicht nur ich interessant. Viel weniger interessierte vor 4 Jahren der 8. Vortrag aus diesem Zyklus, den ich für mindestens so interessant halte wie diese beiden, denn er thematisiert wieder mal vor 100 Jahren bereits höchst prophetisch die mittlerweile massive Islamisierung von Mitteleuropa. Durchaus hinterfragenswürdig, wie dies auch zwei Buchautoren im Kopfverlagfacettenreich darstellen, hielt ich vor 5 Jahren das plössliche Herzversagen von dem Spiegel-Bestseller-Autor Udo Ulf Kotte, der wie Thilo Sarrazin eindringlich vor der schön geredeten Islamisierung Deutschlands warnt. Waren da vielleicht solche Heuschrecken, die Steiner, dem Sonnendämon ergebene Menschen nennt, die Menschenfresser? Am 07.10.2016 erscheint das Buch Mekka im Kopfverlag und 5 Monate danach hat er ein Herzversagen. Christian Müller und Jonas Schneider hinterfragen jeweils in ihren Büchern zu Recht dieses plötzliche Herzversagen. Nun, so ein Herzversagen kann bekanntlich wie Krebs und anderes ganz unbemerkt dank 5G und so weiter mittlerweile sicherlich von etwas andersartigen Wesenheiten ferngesteuert werden. Wer die Gedanken Steines nachvollziehen kann und will, der wird da eine deutliche Parallele zu ich-losen Heuschrecken und den darin einziehenden arimanischen Wesenheiten sehen. Gerade das Prinzip der Zahl, welches in meiner Lesung letzte Woche Rudolf Steiner am Anfang seines Vortrages ansprach, tritt auch in diesem vor vier Jahren gelesenen Vortrag mit den Jahreszahlen 666, 1332 und 1998 ein weiteres Mal auf. Und er erklärte letzte Woche, wie sich die Ereignisse eben rhythmisch bestätigen. Er meinte damals, Es ist eines der traurigsten Kapitel der Menschheitsgeschichte, aber eines derjenigen Kapitel der Menschheitsgeschichte, die man nur verstehen kann, wenn man sich klar darüber ist, dass hinter dem Schleier dessen, wovon die Geschichte erzählt, wirksame Kräfte stehen und dass das Menschenleben wahrhaftig ein Kämpfen ist. Dem Sonnendämon ergebene Menschen, ihrer Seelenart nach, so wurde der Apokalyptiker, wenn er darum gefragt worden wäre, die Vertreter des Arabismus in Europa genannt haben. Und ihm war es klar, dass aus diesem Arabismus alles aufsteigt, was den Menschen an die Tierheit heranbringt, in den Anschauungen, aber nach und nach ja auch in den Willensimpulsen. Aber, meine lieben Freunde, die Zahl 666 ist einmal da in jener Zeit, in welche der Arabismus hineinschießt in das Christentum, um der abendländischen Kultur das Segel des Materialismus aufzudrücken. Sie ist ein zweites Mal da, nachdem wieder 666 Jahre verlaufen sind. 1332 im 14. Jahrhundert Vergangene Woche besuchte ich die Kulturmetropole Budapest im Osten Europas und erfuhr im Nationalmuseum, dass sich Ungarn nach 150-jähriger Gefangenschaft endlich 1686 von der Türkennot, wie sie Steiner nannte, befreien konnte und unter die Habsburgerische Herrschaft floh, was man beeindruckend in beinahe jedem Bauwerk sehen kann. Die schleichende Islamisierung Deutschlands brauchte ja keinen Süleimann, der 12.000 Gegner grausam köpfte und eigentlich auch keinen Udo Ulfkotte, der die stille Islamisierung Deutschlands in seinem Buch Facettenreich beschrieb, um für jedermann ins Auge zu fallen, sondern jeder muss nur in der Fußgängerzone einer jeden Großstadt Deutschlands schlendern und wird sich immer mehr wie ein Ausländer fühlen. Wir werden unübersehbar seit Jahren von den Politikern durchwegs belogen, wenn uns erzählt wird, es wären lediglich ein paar wenige Prozent. Ruder Steiner fährt in diesem 8. Vortrag aus GA 346 über die Apokalypse des Johannes dann fort. Das Tier erhebt sich, bedrohnt das Christentum mit seinem Suchen nach dem wahren Menschentum, geltend machen gegen das Menschentum das Tiertum. Es regt sich Sorat. Im 14. Jahrhundert sehen wir wieder sich erheben den Sorat, den Widersacher. Es ist die Zeit, in welcher aus tiefen Seelenuntergründen heraus, viel mehr als aus dem Orientalismus heraus, der Tempelherrenorden in Europa stiften wollte, eine Sonnenansicht des Christentums. Eine Ansicht vom Christentum, die wiederum hinaufschaute zu dem Christus als einem Sonnenwesen, als einem kosmischen Wesen, die wiederum etwas wusste von den Geistigkeiten der Planeten und der Sterne, die wusste, wie im Weltengeschehen zusammenwirken die Intelligenzen weit auseinanderliegender Welten, nicht bloß die Wesenheiten eines Planeten, und die auch etwas wusste von den mächtigen Oppositionen, die stattfinden durch solche widerspenstigen Wesenheiten, wie den Sonnendämon Sorat, der einer der mächtigsten Dämonen innerhalb unseres Systems ist. Im Grunde ist es Sonnendämonie, welche im Materialismus der Menschen wirkt. Es ist heute natürlich von einem gewissen Gesichtspunkt aus schwierig, davon zu sprechen, was aus der europäischen Zivilisation geworden wäre, wenn der so mächtige, auch äußerlich mächtige Tempelherrenorden, man hat ihm seine Schätze ja genommen, seine Absichten hätte ausführen können. Aber in den Herzen und Seelen derjenigen, die nicht früher ruhen konnten, als bis dieser Orden 1312 untergegangen war und Jakob von Molai 1314 den Tod gefunden hatte, in den Herzen derjenigen, die die Widersacher des Kosmischen, des in den Kosmos hinausschauenden Christus waren, lebte Sorat wieder auf, und nicht zum geringsten Teile so, dass er sich der damaligen Gesinnung der römischen Kirche bediente, um gerade die Templer zu töten. Damals war ja das Hervortreten dieses Sorats schon anschaulicher, denn es umschwebt ein grandioses Geheimnis den Untergang dieses Tempelherrenordens. Wenn man in das hineinschaut, was in diesen Menschen, die dazu mal als Templer hingerichtet worden sind, vorging während ihrer Folterung, dann bekommt man schon eine Vorstellung davon, wie das von Sorat angestiftet war, was in den Visionen der gefolterten Templern lebte, so dass sie sich selbst verleumdeten und man eine billige Anklage gegen sie hatte, die aus ihrem eigenen Munde kam. Das furchtbare Schauspiel stand vor den Menschen, dass diejenigen, die etwas ganz anderes vertraten, während ihrer Folterung nicht davon sprechen konnten, sondern dass die verschiedenen Geistern aus den Herrschern des Sorats aus ihnen sprachen und über den Orden selbst die schändlichsten Dinge aus dessen eigenen Angehörigen sprachen. Im sechsten Vortrag aus Gea 171 erklärte er bereits acht Jahre zuvor das Entstehen, die Eigenart und das Wirken der Tempelritter am 25. September 1916, die ich hier ebenso anfügen möchte. In dieser Zeit, als der Wille in der europäischen Kulturmenschheit entstanden ist, die heiligen Städten zu besuchen, gab es harte Zusammenstöße im gesamten europäischen Leben zwischen dem, was man luciferische und was man arimanische Mächte nennt. Das heißt, in die fortwirkenden guten, wahrhaft christlichen Impulse wirken gewissermaßen von jenen Seiten her, die gestern charakterisiert worden sind, diese anderen Mächte hinein in der Art, wie solche Mächte zugelassen werden von der weisheitsvollen Weltenwirkung, damit dasjenige, was in der weisheitsvollen Weltenlenkung der Gegenwart geschieht, in der entsprechenden Weise konfiguriert werde von den aus der Vergangenheit hereinwirkenden anderen Impulsen, die sich mit den Gegenwartsimpulsen immer durchkreuzen in der Art, wie wir ja dies öfter besprochen haben. Wir sehen in dieser Zeit unter vielem das, wenn man es betrachtet, ich möchte sagen, zum Frohmachen der Menschenseele ist, wie unter vielem, was da entsteht, bald nachdem die Kreuzzüge ihre ersten Erfolge errungen haben, begründet wird im Jahre 1119 der Orden der Tempelherren. Fünf französische Ritter unter der Führung von Hugo de Payens, ich glaube, Hugues de Payens, französisch ausgesprochen, tun sich zusammen und begründen an der geheilig gehaltenen Stätte, auf der sich das Mysterium von Golgatha vollzogen hat, einen Orden, der sich ganz weihen soll, dem Dienste des Mysteriums von Golgatha, und der sein erstes wichtigstes Ordenhaus unmittelbar neben der Stätte hat, wo einst der Salomonische Tempel gestanden hat, sodass gewissermaßen zusammenwirken konnte an dieser Stätte uraltheilige, für das Christentum vorbereitete Weisheit und die Salomonische Weisheit mit allen Empfindungen und allen Gefühlen, die in höchstem Maße aus der heiligsten Begeisterung für das Mysterium von Golgatha und seinen Träger entstanden sind. Neben den gewöhnlichen, damals üblichen Münzgelübden, der Pflicht des Gehorsams gegenüber den Geistlichen Oberen, verpflichteten sich die ersten Tempelherren in intensivster Weise mitzuwirken dazu, hereinzubeziehen in den Bereich europäischer Machtentfaltung die Städten, auf denen sich das Mysterium von Golgatha vollzogen hat. An nichts sollten sie denken, so war es in den geschriebenen und namentlich in den ungeschriebenen Ordensregeln enthalten, als wie sie in ihrem Herzen, in ihrer Seele ganz sich erfüllen können mit dem geheiligten Geheimnis von Golgatha und wie sie dienen können mit jedem Troffen ihres Blutes der Hereinbeziehung der geheiligten Städte in den Machtbereich des europäischen Willens. In jedem Augenblick ihres Lebens sollten sie denken, sollten sie empfinden, dass sie ganz nur dieser Aufgabe gehören und dass sie nichts scheuen werden, um diese Aufgabe mit all der Kraft, die jedem Einzelnen zur Verfügung steht, zu verwirklichen. Ihr Blut sollte ihnen nicht selber gehören, sondern einzig und allein der Aufgabe, die wir gekennzeichnet haben. Und wenn sie einer dreifachen Übermacht gegenüberstehen, so war ihnen befohlen, dürfen sie nicht fliehen. Jeder Templer muss seine Stelle behaupten, auch wenn drei Ungläubige ihm diese Stelle streitig machen wollen. Und in jedem Augenblick ihres Lebens mussten sie denken, dass das Blut, das in ihren Adern rinnt, nicht ihnen gehört, sondern ihrer großen geistigen Aufgabe. Was sie an Vermögen erwerben sollten, das sollte keinem Einzelnen gehören. Nicht der Einzelne sollte irgendeinen Besitz haben, sondern nur der ganze Orden. Vom Einzelnen sollte derjenige, der aus der Reihe der Feinde einen besiegt, kein anderes Gut erbeuten als die hänfende Schnur, die um die Lenden gegürtet war, das Zeichen ihrer freiwillig übernommenen Arbeit für Daseinige, was man dazu mal als das Heil für den europäischen Geist ansah. Eine große, gewaltige Aufgabe, weniger dem Nachdenken als dem tiefen Empfinden war gestellt, eine Aufgabe, die dahin ging, das Sehenleben als individuelles, als persönliches, nur deshalb zu stärken, damit dieses einzelne Sehenleben ganz aufgehen könne in dem fortlaufenden Strom der christlichen Entwicklung. Das war gewissermaßen der Stern, der den Tempelrittern bei allem, was sie dachten, fühlten, unternahmen, voranleuchten sollte. Damit war ein Impuls in Seelen gegeben, welcher in seiner weiteren Wirksamkeit bei der weiteren Ausdehnung des Tempelortens von Jerusalem aus über die europäischen Länder zu einer gewissen Durchgeistigung, Durchchristung des europäischen Lebens hätte führen sollen. Begreiflich kann es erscheinen, bei dem schier unermesslich großen Eifer, der in diesen Tempelherren Seelen bestand, dass diejenigen Mächte, welche die Entwicklung zurückzuhalten haben, sie so zu lenken haben, dass die Seelen der Menschen von der Erde abgelenkt werden, erdenfremd werden, gewissermaßen geführt werden zu einem besonderen Planeten, damit die Erde entvölkert werde, dass die Mächte, die dieses wollten, ganz besonders sich heranmachen wollten an die Seelen, die also empfanden und fühlten wie die Tempelritter. Diese Seelen, die ganz sich hingeben wollten dem Geistigen, an sie konnten leicht jene Kräfte kommen, welche das Geistige von der Erde wegheben wollen, die nicht wollen, dass das Geistige auf der Erde ausgebreitet werde, dass der Geist das Erdensein durchdringe. Und immer ist ja die Gefahr vorhanden, dass die Seelen erdenfremd und erdenmüde werden und dass die Menschheit auf der Erde mechanisiert werde. Da haben wir auf der einen Seite gewaltig aufstrebendes geistiges Leben, von dem wir voraussetzen dürfen, dass die luziferische Versuchung ihm nahestehen kann, weil da ein guter Anhaltspunkt ist für die luziferische Versuchung. Dann haben wir aber in derselben Zeit, in welcher der Tempelorden rasch sich ausbreitete über die verschiedenen christlichen Länder Europas, im Westen Europas die Möglichkeit scharfen Einsetzens arimanischer Mächte. Denn in der Zeit, in welcher der Tempelorden durch seine Tätigkeit zu großem Ansehen und auch zu großem Reichtum als Orden, nicht als einzelner Templer, gekommen war und sich ausgebreitet hatte, auch über den Westen Europas, in dieser Zeit des ausgehenden 13. des beginnenden 14. Jahrhunderts, da haben wir im Westen herrschend einen Mann, eine menschliche Persönlichkeit, welche, man kann geradezu sagen, in der Seele eine Art Begeisterung empfand durch die moralische Macht oder respektive unmoralische Macht des Goldes, eine Persönlichkeit, die geradezu in einseitiger Weise die Vermaterialisierung der Weisheit aus dem Golde heraus zu einer Inspiration bilden konnte. Eine hochbegabte, mit außerordentlich, mit höchster Klugheit ausgestattete Persönlichkeit ist zugänglich dieser Inspiration durch das Gold, mit geradezu ärgster arimanischer Weisheit. Das ist der von 1285 bis 1314 in Frankreich regierende König Philipp der Schöne. Philipp der Vierte, der Schöne, kann geradezu ein genial habsüchtiger Mensch genannt werden. Ein Mensch, der den instinktiven Drang in sich verspürte, nichts anderes anzuerkennen in der Welt als das, was mit Gold aufgewogen werden kann. Und niemandem wollte Philipp der Schöne eine Macht über das Gold zugestehen, als nur allein sich selber. Geradezu alles, was an Macht durch das Gold bewirkt werden kann, wollte er in seinen Machtwillen hinein zwingen. Das wurde bei ihm zur großen welthistorischen Marotte. Das führte dahin, dass bei dem an sich nicht sehr bedeutungsvollen Anlass, als der Papst Bonifatius, den französischen geistlichen Verbot, Steuern zu bezahlen an den französischen Staat, Philipp der Vierte, der Schöne, ein Gesetz machte, welches Verbot, Gold und Silber aus Frankreich auszuführen. Alles Gold und Silber, das in Frankreich ist, sollte in Frankreich verbleiben, nach seinem Willen. Aber er sollte die Macht haben, über alles Gold und Silber. Das war, man könnte sagen, seine Eigentümlichkeit. Daher versuchte er, für sich das Gold und das Silber zu behalten und den übrigen Leuten, die er regierte, nur Scheinwerte zu geben. Das heißt, er ließ die Münzen so schlecht wie möglich prägen, um in seinem Gold- und Silberschatze zurückzubehalten das Gold und den Münzen nur möglichst wenig beizugesellen. Aufruhr und Empörung des Volkes gerade über solche Maßnahmen konnten ihn nicht abhalten, in dieser Weise immer weiter zu gehen. Sodass, als er einen letzten Versuch machte, möglichst wenig Gold und Silber den Münzen beizumischen, er sich, durch eine Volksempörung veranlasst, in die Tempelsstätte der Templer flüchten musste. Da hatte er bei den Templern, durch seine Gewaltsmaßregeln dazu veranlasst, seinen Schatz, seinen Goldschatz verbergen lassen. Er war erstaunt, wie schnell die Templer den Volksaufruhr beruhigen konnten. Aber er war zur gleichen Zeit von Furcht erfüllt, weil er gesehen hatte, wie groß die moralische Macht der Templer über das Volk war und wie wenig er, der nur vom Golde inspiriert war, vermochte gegenüber der moralischen Macht der Templer, die dazu mal auch schon reiche Schätze hatten, die ungeheuer reich waren, aber nach ihrer Ordensregel allen Reichtum ihres Ordens in den Dienst geistigen Wirkens, geistigen Schaffen stellen mussten. Wenn eine Leidenschaft so stark wird, wie bei Philipp den Schönen, die Gold- und Silbergier war, dann presst sie in der Menschenseele starke Kräfte aus, Kräfte, die einen starken Einfluss haben auf die Willensentfaltung gegenüber den übrigen Menschen. Beim Volke hatte Philipp der Schöne wenig Einfluss, umso mehr aber bei denjenigen, die seine Kreaturen waren, und das war dann doch ein großes Heer. Und er verstand seine Macht zu gebrauchen, dieser Philipp der Schöne. Eine völlige Kreatur in den Händen Philipps IV. des Schönen von Frankreich war der Papst Clemens V., der vorher Bischof von Bordeaux gewesen war und dann in Avignon residierte, der nach und nach durch den gewaltigen Willen Philipps des Schönen so weit gekommen war, dass er gar nicht mehr einen eigenen Willen hatte, sondern wirklich seine kirchliche Gewalt nur dazu verwendete, um Philipp dem Schönen zu dienen, allem, was Philipp der Schöne wollte. Und Philipp der Schöne wollte vor allen Dingen, wie aus einer tiefen Leidenschaft heraus, sich zum Herrn aller Reichtümer, die damals verfügbar waren, machen. Kein Wunder, dass er, vor allem nachdem er gesehen hatte, welch andere Bedeutung das Gold auch haben kann in anderen Händen, vor allen Dingen diese anderen Hände vernichten wollte, die Hände der Templer, um ihr Gold zu erbeuten und sich in den Besitz ihres Goldes zu setzen, in den Besitz aller ihrer Schätze. Selbstverständlich, wo so edles Großes auftritt wie bei den Templern, da gliedert sich auch an dieses große Edle, manches Ungehörige an, vielleicht auch manches Unmoralische. Und dass es selbstverständlich auch Templer gegeben hat, denen man allerlei vorwerfen kann, das soll nicht bestritten werden. Aber im Sinne der Tempelrittergründung war das nicht. Im Sinne der Tempelrittergründung war zuerst das, was die Templer für Jerusalem geleistet hatten, und dann das, was zur Verchristung der ganzen europäischen Kultur geleistet werden konnte. Denn allmählich breiteten sich die Templer aus in einflussreichen Gesellschaften über England, Frankreich, Spanien und einen Teil Italiens, über Mitteleuropa, überall breiteten sich die Templer aus. Und bei einzelnen Templern bildete sich in einem höchsten Grade aus dieses ganze Erfülltsein der Seele mit dem Empfinden von dem Mysterium von Golgatha, mit dem Empfinden von all dem, was mit dem christlichen Impulse zusammenhängt. Stark und intensiv wurde die Kraft dieses Verbundenseins mit dem Christus in den Templern. Das war ein richtiger Templer, der gewissermaßen nichts mehr von sich wusste, sondern, wenn er empfand, den Christus in sich empfinden ließ. Wenn er dachte, den Christus in sich denken ließ. Wenn er begeistert war, den Christus in sich begeistert sein ließ. Waren es vielleicht wenige, aber gegenüber der gesamten Masse des Tempelrittertums war es immerhin eine stattliche Anzahl von Männern, in denen dieses Ideal eine völlige Umwandlung, eine ganze Metamorphose des Seelenlebens bewirkt hat, die Seele wirklich oft und oft herausgebracht hat aus dem Leibe. Sie leben hat lassen in der geistigen Welt. Das, was also in die Welt tritt, wird nicht nur geliebt, es wird auch unbändig gehasst. Weniger Hass, als die Begierde, hinwegzuräumen von der Welt eine solche Gesellschaft und ihr ihre Schätze, die ihr reichlich zugeflossen waren und die sie nur verwenden sollte, im Dienste des Geistes zu entwenden, das lebte in Philipp IV. dem Schönen. Man machte nun Gerichtsprozeduren, in denen, ganz unter dem Einfluss Philipps IV. des Schönen, die Folter in ausgiebigem Maße angewendet wurde. Alle nur auftreibbaren Tempelritter wurden den schlimmsten Folterungen unterworfen. Möglichst viele Leute zu foltern, das gehörte mit in die Intentionen Philipps des Schönen. Und die Folterung wurde in der grausamsten Weise vollzogen, so dass eine große Zahl, ja, die größte Zahl der gefolterten Tempelritter bis zur Bewusstlosigkeit gefoltert wurden. Das wusste Philipp IV. der Schöne, was da herauskommt, wenn das Bewusstsein getrübt wurde, wenn diese Leute auf der Folter liegen unter den entsetzlichsten Qualen. Er wusste, da kommen die Bilder der Ahnfechtung heraus. Und nun wurde unter Ahnstiftung Philipps IV. des Schönen eine Katechisierung zusammengestellt, ein Katechismus von Suggestionsfragen, so dass man die Fragen so aufstellte, dass immer in der Frage herausgefordert wurde die Antwort und die Antwort gegeben aus dem durch die Folter getrübten Bewusstsein. Die Frage wurde gestellt, habt ihr die Hostie verleugnet und bei der Konsekration nicht die Konsekrationsworte gesprochen? Und die Tempelritter gestanden das, weil ihr Bewusstsein getrübt war durch die Folter, weil die dem Guten entgegenstehenden Mächte aus ihren Visionen heraus sprachen. Und sie klagten sich an, während sie in ihrem bewussten Leben dem Kreuzesymbolum, dem Kruzifixus, die höchste Verehrung entgegenbrachten, dass sie es bei der Aufnahme aller der schlimmsten Verbrechen, die in dieser Zeit sonst als Anfechtungen in ihrem Unterbewusstsein lebten. Und so stellte man zusammen aus dem, was die Tempelritter gestanden haben auf der Folter, dass diese Tempelritter angebetet hätten, ein Idol statt des Christus, ein Idol eines Menschenkopfes, dessen Augen leuchtend werden, dass sie bei ihrer Aufnahme widerwärtigen Prozeduren schlimmster geschlechtlicher Art unterworfen würden, dass sie die Wandlung nicht in der richtigen Weise vollziehen, dass sie die schlimmsten geschlechtlichen Laster treiben, dass sie eben bei ihrer Aufnahme abschwören das Mysterium von Golgatha. Und man hatte die ganze Katechisierung so eingerichtet, dass selbst der Großmeister des Templerordens unter der Folter gezungen worden ist, aus dem Unterbewussten heraus diese Zugeständnisse zu machen. Der Macher der Webpage Antruviki, Wolfgang Peter, schreibt bezüglich des letzten Großmeisters der Tempelritter, Jakob von Molai, Noch auf dem Scheiterhaufen stehen bekannte Jacques de Molai seine Unschuld und die Unschuld seines Ordens. Kurz nach seinem Tode im Jahre 1314 starben noch im gleichen Jahr auch Papst Clemens V. und Philipp der Schöne. Geoffrey de Paris, ein damaliger Chronist und Augenzeuge der Hinrichtung, schildert das düstere Geschehen wie folgt. Als der Großmeister die züngelnden Flammen sah, entkleidete er sich ohne zu zögern. Ich sage dies, weil ich es mit eigenen Augen gesehen habe. Dann machte er sich völlig nackt mit feierlichem Schritt auf den Weg, das Gesicht durchgeistigt, ohne zu zittern, obwohl man an ihm zerrte und zog, ihn sogar auf das Gröbste misshandelte. Er wurde gepackt von Kopf bis Fuß wie ein Paket verschnürt und an den Pfahl gebunden. Eben wollte man ihm die Hände mit einem Strick zusammenbinden, als er zum Henker sagte, »Lasst mich ein wenig die Hände falten, denn jetzt ist der Augenblick gekommen, dies zu tun. Ich stehe vor dem Tod. Gott weiß, dass ich unschuldig bin. Bald, in einem knappen Jahr, wird jene, die uns zu Unrecht verurteilt haben, ein großes Unglück treffen. Ich sterbe in dieser Überzeugung.« Und als sie ihm schließlich die Hände gebunden hatten, sagte er, »Meine Herren, ich bitte euch, dreht mein Gesicht Notre Dame zu.« Einen Monat später, am 20. April, starb Clemens V. plötzlich in der Provaise im Alter von kaum 50 Jahren. Am 29. November desselben Jahres erlitt Philipp der Schöne in Fontableau einen tödlichen Jagdunfall. Nur 46 Jahre zählte der König, als er durch seinen Sturz vom Pferd bei der Wildschweinhatz das Leben verlor. Weiter im 8. Vortrag aus Gea 346 meinte Rudolf Steiner, »Aus dem, was da in den Anschauungen der alten Mysterienweisheit und in dem prophetischen Schauen künftige Mysterienweisheit lebte, folgt, dass die Menschen, die das sozusagen innere Christentum annehmen, das vergeistigte Christentum, die hinschauen in Bezug auf den Christus zum Sonnengenius, dass diese Menschen mit einer Beschleunigung ihrer Evolution am Ende dieses 20. Jahrhunderts wieder erscheinen werden. Und alles das, meine lieben Freunde, was wir jetzt in diesem Zeitalter tun können, indem wir die Spiritualität der Lehre ergreifen, ist von großer Bedeutung, denn wir tun es für die Menschen in diesem Zeitalter. Es ist eine Vorbereitung für Daseinige, was zunächst in großen, umfassenden, intensiven Geistestaten geschehen soll am Ende des Jahrhunderts, nachdem viel vorangegangen ist, was eine Spiritualisierung der modernen Zivilisation widersetzlich ist. Im Zeichen des zweiten Auftretens der 666 standen jene großen Umwälzungen in Europa, die durch die Kreuzeszüge eingeleitet wurden und im Untergang der Tempelritte fand diese Tatsache ihren äußeren Ausdruck. Immer weiter arbeitet Sorat dem entgegen, was vom Sonnengenius aus sich bemüht, für ein wahres Christentum zu wirken. Wir haben jetzt bevorstehend das Zeitalter der dritten 666 1998. Zum Ende dieses Jahrhunderts kommen wir zu dem Zeitpunkt, wo Sorat wiederum aus den Fluten der Evolution am stärksten sein Haupt erheben wird, wo er sein wird, der Widersacher jenes Anblickes des Christus, den die dazu vorbereiteten Menschen schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben werden, durch die Sichtbarwertung des ätherischen Christus. Es wird nur noch zwei Drittel des Jahrhunderts dauern, bis Sorat in mächtiger Weise sein Haupt erheben wird. Man wird Menschen heraufkommen sehen, von denen man nicht wird glauben können, dass sie wirkliche Menschen seien. Sie werden sich in einer eigentümlichen Weise auch äußerlich entwickeln. Sie werden äußerlich intensive, starke Naturen sein, mit wütigen Zügen, Zerstörungswut in ihren Emotionen. Sie werden ein Antlitz tragen, in dem man äußerlich eine Art Tierantlitz sehen wird. Die Soratmenschen werden auch äußerlich kenntlich sein. Sie werden in der furchtbarsten Weise nicht nur alles verspotten, sondern alles bekämpfen und in den Pfuhl stoßen wollen, was geistige Art ist. Darum ist es so wichtig, dass alles, was nach Spiritualität streben kann, das auch wirklich tut. Denn das, was der Spiritualität widerstrebt, das wird da sein, denn das arbeitet sozusagen nicht unter der Freiheit, sondern unter der Determination. Diese Determination geht dahin, dass am Ende dieses Jahrhunderts Sorat wieder los sein wird und dass das Streben, alles Geistige hinwegzufegen, in den Absichten einer großen Anzahl von Erdenseelen sitzen wird, wie es prophetisch der Apokalyptiker vorausschaut, in dem tierhaften Antlitz und in der tierhaften Stärke in Bezug auf die Ausführung der Widersachertaten gegen das Spirituelle. Sind ja doch heute schon wahrhafte Wutentfaltungen vorhanden gegen das Spirituelle, aber das sind nur die ersten Keime. Dass das so ist, das müssen wir wissen. Der, der die Menschen ins Geistige führen will, muss in das Geistige hineinschauen. Jedes Zeitalter muss das auf seine Art tun. Richten wir als verstehende Menschen, die die Zeichen der Zeit zu deuten wissen, unser Leben ein im Sinne dieser drei Mysterien unserer Zeit, des Michael-Mysteriums, des Christus-Mysteriums und des Sorat-Mysteriums. Dann werden wir auf dem Gebete, das uns unser Karma angewiesen hat, in der richtigen Weise wirken. Selbst in einer Konferenz mit den Lehrern der Waldorfschule in Stuttgart meinte er am Donnerstag dem 21. Juni 1923 nachmittags. Das sind diese Fälle, die immer häufiger vorkommen, dass Kinder geboren werden und Menschenformen da sind, die eigentlich in Bezug auf das höchste Ich keine Menschen sind, sondern die ausgefüllt sind mit nicht der Menschenklasse angehörigen Wesenheiten. Seit den 90er Jahren schon kommen sehr viele ichlose Menschen vor, wo keine Reinkarnation vorliegt, sondern wo die Menschenform ausgefüllt wird von einer Art Naturdämon. Es gehen schon eine ganze Anzahl alte Leute herum, die eigentlich nicht Menschen sind, sondern naturgeistige Wesen und Menschen nur in Bezug auf ihre Gestalt. Man redet sehr ungern über diese Dinge, nachdem wir ohne dies vielfach gegnerisch angefallen werden. Denken Sie, was die Leute sagen, wenn sie hören, hier wird erklärt, dass es Menschen gibt, die keine Menschen sind. Aber es sind Tatsachen. Wir würden auch nicht einen solchen Niedergang der Kultur haben, wenn ein starkes Gefühl dafür vorhanden wäre, dass manche Leute herumgehen, die gerade dadurch, dass sie rücksichtslos sind, etwas werden, dass die keine Menschen sind, sondern Dämonen in Menschengestalt. Mehr als ein Jahr später meinte er dann im 14. Vortrag aus Gea 346 am 17. September 1924 in Dornach Solchen Menschen gegenüber hat man oftmals eine recht schwierige Aufgabe, weil sie durchaus tief fühlend sind. Sie können außerordentlich tief fühlend sein, man merkt aber, es steckt nicht eine eigentliche Individualität in ihnen. Nur hat man ihnen das natürlich sorgfältig zu verbergen, dass keine Individualität in ihnen steckt, denn sonst wäre ja die notwendige Folge der Wahnsinn. Aber trotzdem man ihnen das zu verbergen hat, handelt es sich darum, dass man für solche Seelen, Seelen sind es ja doch, wenn auch nicht Geister, alles so einrichtet, dass diese Menschen den Anschluss finden an andere Menschen, in deren Gefolge sie sich entwickeln können, dass sie also gewissermaßen mitgehende dieser anderen werden. Diese Menschen zeigen eigentlich ziemlich genau die Natur und Wesenheit des Menschen bis zum 20. Lebensjahr. Denn beim 20. Lebensjahr wird er erst die Gemüts- oder Verstandesseele geboren und damit die Möglichkeit des irdischen Auslebens des Ich gegeben. Derjenige, der behaupten wollte, solchen Ichlosen, Individualitätslosen Menschen gegenüber, solle man sich nicht teilnahmsvoll verhalten, da sie eine künftige Inkarnation nicht hätten, weil er keine Individualität da sei, der irrt gar sehr. Er müsste dann auch behaupten, man solle sich den Kindern gegenüber nicht teilnahmsvoll verhalten. Im zweiten Vortrag am 22. Oktober 1920 meinte er in Dornach So sind zum Beispiel eine große Anzahl derjenigen Menschen, welche angelsächsischen Geheimgesellschaften angehören. Die Rolle solcher Geheimgesellschaften haben wir in den letzten Jahren wiederholt besprochen, so sind diese angehörigen solche Geheimgesellschaften, die einflussreich sind, eigentlich Träger solcher verfrühter Existenzen, die durch das Stoffwechselsystem gewisser Menschen hereinwirken in die Welt und sich ein Arbeitsfeld suchen durch die Leibe der Menschen, die nicht in regelmäßigen Wiederverkörperungen leben. Ebenso sind die tonangebenden Persönlichkeiten gewisser Sekten von solcher Art und namentlich ist die überwiegende Zahl einer sehr verbreiteten Sekte, die großen Anhang hat im Westen aus Menschen von dieser Art bestehend. Auf diese Weise wirkt, ich möchte sagen, eine ganz andere Geistigkeit rein in die gegenwärtigen Menschen. Und es wird eine wesentliche Aufgabe sein, Stellung nehmen zu können zum Leben von diesen und von dem von z z z z z z z z Untertitelung des ZDF, 2020